Was gut auf der App ist, wenn du dich einmal anmeldest, dann könntest du dann einfach alles anmelden. Also du musst dich nicht immer anmelden, zum Beispiel auf der Webseite musst du dich immer immer anmelden mit diesem Account und Passwort und in der App dann musst du nur einmal anmelden und ausgut.